Unser nächster Gast hat etwas mit einem Windkraftwerk gemeinsam. Er hat einen Flügel. Hier ist Hagen Riethoff! Na? Heute schon CO2 gespart? Ich schon. Immerhin bin ich Vegetarier. Ist nicht viel, aber immerhin. Andererseits fahre ich halt auch das ganze Jahr über mit meinem vollgepackten PKW zwischen Zürich und Flensburg von Theater zu Theater. Das ist halt alles ein bisschen schizophren. Es gibt junge, linke Globalisierungskritiker, die immer noch Nike-Turnschuhe tragen. Weil's toll ist. Erinnern Sie sich noch, vor einigen Jahren hat der Schauspieler Heinz Hönig Werbung für Organspende und deutschen Wein gemacht. Finde ich großartig. Herr Hönig? Ja? Können wir mal Ihre Leber haben? Ja, Sekunde, ich trink noch aus. Der Dalai Lama fliegt um die Welt und predigt Einklang mit dem Kosmos. Al Gore fliegt um die Welt und erklärt uns, dass Fliegen scheiße ist. Ja, so ist das. Der Dalai Lama hat eine CO2-Bilanz wie ein Kohlekraftwerk. Aber es ist gut, es passt. Und fürs Weihnachtsgeld kann man heute nach Neuseeland fliegen. Für ein paar Mark 50 fliegen wir ans andere Ende der Welt. Wissen Sie warum? Wir verbraten badewannenweise Kerosin, um nach Neuseeland zu kommen. Wissen Sie warum? Weil da die Natur so schön ist. Ja, das ist alles viel zu billig. Sie wollen ans andere Ende der Welt, junger Mann. Das kostet 50.000 Euro. Da sparen Sie jetzt mal Ihr Leben lang drauf, dann können Sie mit 60, 70 oder 80 mal Urlaub machen am anderen Ende der Welt. Ist das nicht fabelhaft? Die meisten kommen nicht aus ihren Dörfern raus. Es gibt halt immer noch Leute, die holen sich ihre innere Balance im Ayurveda-Urlaub in Indien. Und den Rest des Jahres jammern sie über die schlechte Öko-Politik von Frau Merkel. Neulich sagte eine Freundin zu mir, sie hätte gehört, die Malediven saufen ab wegen der Klimaerwärmung. Und sie fliegt jetzt nochmal zweimal hin, damit sie sich irgendwie noch reinzieht. Sonst sind die weg. Ja, was machst du mit solchen Leuten? Und wir trinken Kuhmilch, als gäbe es kein Morgen. Erwachsene Mitteleuropäer saufen literweise Kuhmilch wie Wasser. Haben Sie schon mal so ein entzündetes Euter gesehen von so einer Hochleistungskuh? Da würden wir uns aber vier von unseren sechs verschissenen Latte Macchiato am Tag sparen. Auf jedem Milchkarton müsste so ein Foto von so einem vereiterten Kuhäuter. Aber unsere Agrarministerin Ilse Aigner empfiehlt uns, ein Liter pro Woche mehr zu trinken, damit der Preis stabil bleibt. Ja, und es finden sich immer irgendwelche prominenten Hofschranzen, die auch noch Werbung für die Milchwirtschaft machen. Weil es lustig ist. Oder für RWE. Oder für Nestlé. Wie reaktionär ist das denn? Oder für Autos. Sind wir in den 50er Jahren? Der geistfreie Jörg Pilawa verkauft uns gerade Pommersche Leberwurst. Guckt der Mann kein Arte? Hört der kein Deutschlandfunk oder was? Was macht der Mann den ganzen Tag? Wahrscheinlich Geldzählen oder so. Man sollte doch glauben, dass mittlerweile jeder Vollidiot weiß, dass der Löwenanteil des CO2 aus der Massentierhaltung kommt. Ist doch längst eine Binsenweisheit oder nicht? Ich habe gelesen, ein Hamburger verursacht 200 Dollar Umweltfolgekosten. Kein Mensch müsste verhungern, wenn wir das Getreide selber essen und es nicht an die Viecher verfütterten. Jeder Vollidiot weiß das doch. Täglich sterben heute mehr Leute an Hunger als an Aids und an Malaria und Typhus und Tuberkulose zusammen. Und wenn man dann die Fleischesser nach ihren Gründen fragt, dann bleibt am Ende immer nur übrig, weil es halt so lecker ist. Ja, wollen wir unseren Enkelkindern in 40 Jahren auf die Frage, warum wir die Erde aufgefressen haben, sagen, weil es halt so lecker war. Paul McCartney hat doch letztes Jahr diesen Song rausgebracht, Meatless Monday, über einen fleischfreien Montag. Das muss man sich vorstellen, der Mann ist seit Generationen Vegetarier und empfiehlt uns tatsächlich sechs Mal die Woche Fleisch zu essen. Ich meine, was machen die den ganzen Tag? Ich begreif das nicht. Wir können die Welt nur retten, wenn wir endlich aufhören, Tiere zu töten, hat Albert Einstein schon gesagt. 21 Hühner werden pro Quadratmeter gehalten, weil es halt so lecker ist. Gehen sie doch mal mit ihren Kindern sonntags in so eine Hühnerfarm statt ins Phantasialand, damit die auch wissen, wo die Chicken McNuggets so herkommen. So kriegt man halt ein Volk ruhiggestellt mit Billigflügen und Fleisch. Früher hieß das Brot und Spiele, heute heißt das Fleisch und Fliegen. Fleischessen und Urlaubsflüge haben doch nichts mehr mit persönlicher Freiheit zu tun. Wir dürfen nicht die Freiheit haben, die Welt zu ruinieren, Millionen Menschen verhungern zu lassen und 21 Hühner pro Quadratmeter zu halten. Hier geht es längst nicht mehr um persönliche Freiheit, hier geht es um die Wurst. Das sind doch Straftaten, das muss man per Gesetz regeln. Vernünftige Dinge machen die Menschen nicht freiwillig. Kein Mensch zahlt freiwillig Steuern, damit das Gemeinwesen erhalten bleibt. Also gibt es eine Steuerpflicht und das ist gut so. Wer fährt schon freiwillig 120 der Umwelt zuliebe? Also muss ein Gesetz her, offensichtlich. Genauso wie es für Kinder keinen Schnaps gibt und man sich nicht erschießen darf auf der Straße, weil das mit persönlicher Freiheit nichts mehr zu tun hat. Genauso muss man per Gesetz das Fleisch rationieren, offensichtlich. Aber keiner kriegt es mit, die Schlachthöfe sind in den Gewerbegebieten und keiner kriegt das Elend mit. Man muss die Schlachthöfe raus aus der Peripherie, rein in die Innenstädte, rein in die Fußgängerzonen mit den Schlachthöfen. Die Metzger werden umgeschult zu Streetworkern und Altenpflegern und es gibt höchstens zweimal die Woche Fleisch. Höchstens. Und auch nur gegen Vorlage des eigenen Organspendeausweises. Hallen Ritter! Au! Ich schätze den Hagen Ritter ja sehr, aber ich muss ehrlich sagen, Vegetarier, immer nur Fritten ist ja auch nichts. Irgendwann muss doch mal wieder das Fleisch kommen. Denn sehen Sie mal, das Problem ist ja nicht das Fleisch essen, sondern das Fleisch produzieren. Die Massentierhaltung hat es ja gesagt mit dem riesigen CO2-Ausstoß. Das heißt aber doch, wir müssen die Tiere essen, die nicht extra gezüchtet werden müssen, sondern die schon da sind. Wildpferde, Katzen und vor allem Hunde. Ja, ja. Ja komm, komm mal. In keinem Land der Welt gibt es so viele Hunde pro Kopf wie in Deutschland. Wir leben in einem Hundewahn. Würden wir die essen, wäre das gleich zweifach ein Segen für die Klimabilanz und den Bürgersteig. Das heißt, ich esse Tiere, die Wege verschmutzen. Das nennt man Veganer. Ich habe hier wunderbare Dackelkroketten. Gucken Sie mal hier. Dann gibt es Rottweiler Rouladen. Die sehen ganz normal aus, die schmecken aber super. Hier fangfrische Doggenschulter, vierbeiner Art mit Butterreis und Gemüsebeilage. Das gibt es alles. Gehen Sie mit Ihrem Hund nicht Gassi, sondern in die Küche. Hau den Pudel in die Pfanne, der Chinese macht es schon lange. Und das gilt nicht nur für Tiere, auch für Ehepartner.